Browdy Wiltsooooooon! Von den USA, Mr. Browdy Wiltsooooon! Er ist der letzte Fahrer im Finale. Das bedeutet, ihr könnt die Trötten aufbrauchen für Browdy Wiltsooooon! Kann der US-Youngstar, Shootingstar, Amy Visua den Weltmeister zwingen? Es wird spannend! Seine Kombos gegen die unglaublichen Backfliptricks von Remy Visua. Das ist die Frage. Was mögen die Judges her? Den Style von Browdy Wiltson oder die Hardcore Backfliptricks von Remy Visua? Egal, wer hier heute gewinnt, der letzte Fahrer, der braucht ebenfalls eure Unterstützung. Also, nochmal, alle zusammen für den letzten Fahrer! Euer Applaus hier in Mannheim! Browdy Wiltsooooon! Oh, Superflip Indy! Mann, 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 Mann! Kaum zurückgekommen, aber er kämpft seine 1,30! Hier, Clicker, Backflip, Browdy Wiltson! Superflip Hebel zurückgezogen auf der Rampe! Welche Tricks kommen dort? Holy Man, Leute! Holy Man! Also, auch er zeigt dir einen fetten Trick nach dem anderen! Unglaublich stylisch, aber das reicht noch nicht für Remy Visua! Da muss noch mehr kommen! Oh, Flintstone! Sechs Schritte! Mannheim! Der letzte Fahrer ist hier unterwegs! Euer Applaus für Browdy Wiltson! Neckflip, One-Hand-Landing! 40 Sekunden für Browdy Wiltson! Was kommt dann noch hier? Oh, Sideshow! Oh, Rock solid! Mann, oh Mann! Triple Combo! Jetzt hier auf die Long Distant Ramp Tsunami! Browdy Wiltson, Killer Tsunami! 20 Sekunden für den Mann aus den Staaten, Killer Whippet! Jetzt wird es ganz knapp, aber wenn wir noch ein paar fette Tricks sehen wollen, müssen wir ihn unterstützen! Browdy Wiltson! Browdy Wiltson, das Überraschungsei aus den Staaten, kam hier rüber und sagt, ich will die Jungs hier alle weg rocken! Heute könnte er es schaffen, hier in Mannheim seinen ersten WM-Sieg, aber es wird knapp! Drücken wir die Daumen, dass ein letzter Trick hier funktioniert! Tsunami Backflip von Browdy Wiltson! Hier oben steht der letzte Fahrer des Finales! Ich denke mal, alle haben super gekämpft! Und ihn wollen wir mal kurz zu Wort kommen lassen! Browdy, tonight was a hard fight, oder? Oh ja, definitiv, alle haben super gekämpft! Heute kamen wir und sahen viele Leute, die es in der Praxis zu töten! Ich weiß nicht, ich war ein bisschen nervös, aber es fühlte sich wirklich gut da draußen! Ihr seid so laut, ich hörte dich nonstop, es war super! Also er hat euch nonstop gehört und das war unglaublich! Also nochmal Applaus hier für Browdy Wiltson! Eins ist klar, die Jungs haben alle unglaublich gefightet, sitzen alle gleich bei der Autogrammstunde, also es lohnt sich dort vorbei zu schauen, aber erstmal wollen wir abwarten, wer der Gewinner der Night of the Jumps hier im Jahre 2009 in Mannheim ist! Aber egal wer gewinnt, ihr rastet aus! Jetzt kommt die Entscheidung der Judges! Yes! Gewinner ist Rémy Bisouard! Zweiter Platz, Browdy Wiltson from the United States! Brody Wiltson auf dem Treppchen! All unsere Fahrer sind okay, das ist das Wichtigste! Wir haben einen unglaublichen sportlichen Abend hier! Wichtigste! Deswegen sind die Führer dabei! Runderte! Ja, wir sind ja sicher! Wir sind beispielsweise! Wir sind jetzt hier!